Der deutschsprachige Regierungspartner beilt eine eigenständige Kandidatur bei der EU-Wahl an. Die Freiheitlichen können sich eine Vereinbarung mit der Lega vorstellen. Bei den Kandidaten hält sich die Partei noch bedeckt. Die Themen sind bereits klar. Eins natürlich die illegale Massenimmigration, dann die Zerstörung unserer Volkswirtschaften aufgrund eines völlig überzogenen Klimawahnes, den es einzubremsen gilt. Dann natürlich gilt noch, die kriegerische Eskalation in der Ukraine kritisch zu hinterfragen und nach Möglichkeit zu verhindern. Und schlussendlich stemmen wir uns ganz vehement gegen eine Einschränkung der Meinungsfreiheit.